Hallo Matteo. Hallo. Erste Frage. Darf man lügen? Nein. Auch nicht für einen guten Zaubertrick? Also heißt, wenn du jetzt dann antwortest, dann lügst du nicht. Und du schaust für die Leute, die ein bisschen weiter weg sind, ganz genau hin. Okay? Dann schaust du jetzt bitte als allererstes mal in meinem Mund rein, ob da irgendwas drin ist. Nein. Nein. Okay. Gut. Dann schau doch mal hier hin. Was ist denn das? Apfel. Und in dem Apfel stecken? Nadel. Kannst du mal schauen für die Leute, ob das Spitzen außen sind? Ja. Das sind Spitz. Das sind schon Spitzen außen. Und die hier auch, die zwei? Okay. Und das hier? Schnur. Schnur. Okay. Und jetzt pass auf. Du schaust zu, wenn du irgendwas komisches siehst, dass ich irgendeinen Schmarrn mache, sagst Bescheid. Okay? Und ganz, ganz wichtig. Nicht nachmachen. Auf keinen Fall nachmachen. Okay? Gut. Pass auf. Schau. Ist die in meinem Mund? Ja. Ja? Die zwei. Ist irgendwas jetzt in meinem Mund? Nein. Äh. Okay. Nehmen wir noch ein paar. Pass auf. Und noch mal welche. So. So. Ist jetzt was in deinem Mund? Nein. Äh. Äh. Okay. Nehmen wir noch ein Stück Bindfaden. So. Kannst du das mal kurz hier halten? Zack. Schau. Schau. Hm. 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 Ja. Geht immer schon so schwer runter. Leer. Okay, und aufpassen. Okay, und aufpassen. Schau mal. Nix mehr drin hat. Und wie ist das? Cool. Fünf.